Zusammen und weiter geht's mit Ghost Reak Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich spiele gerade mit meinen neuen KI-Kameraden den neuen Herausforderungsbaum Widerstand, bei dem ich den Outcasts helfen muss. Dieses ist gerade der zweite Teil der ersten Mission, die ich absolviere. Und zwar musste ich im ersten Teil vier Outcasts befreien, eskortieren zu einem Hubschrauber, damit die abgeholt werden können von ihren Kumpels. Das war beim Bunker South Edge Hood. Und jetzt befinde ich mich bei einer Scale-Fabrik, beziehungsweise ist das ein Start-up namens Blue Corp, was von Sentinel bewacht ist. Und dort werden wieder vier Outcasts gefangen gehalten. Zwei davon habe ich schon gefunden, jetzt fehlen die letzten zwei. Beziehungsweise ich muss alle dann noch, wenn ich sie gefunden habe, eskortieren. Hier ist alles sicher. Dann los. Dann los. Dann los. Dann los. Dann los. Obwohl ich das ganze Gelände bisher untersucht habe, konnte ich die Kollegen 3 und 4 nicht wirklich finden. Daher bringe ich jetzt die anderen beiden, also 1 und 2, erstmal zu ihrem Abholer. Der wird wahrscheinlich jeden wieder mit dem Heli auf uns warten und dann suche ich die nächsten beiden. So sind zwei schon mal in Sicherheit und können nicht erschossen werden. Amen. 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 Ich vermute mal, dass ich vorher nicht richtig gescoutet habe. Daher werde ich jetzt mal mit der Drohne über alles fliegen, was ich hier erreichen kann. Vorne am Wasser war ich noch nicht. Eventuell sind die beiden letzten Outcasts hier irgendwo versteckt an diesem Schiffsanleger oder was das hier sein soll. Im Wasser. Oh, da ist schon einer. Sehr gut. Und dann wird Nummer 2, beziehungsweise es ist ja 3 und 4, dann hier hinten sein. Wobei, jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Ja, ich höre auch schon die Soldaten reden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Soldaten, die ich sehe, per Simultanschuss ausschalten. Und dann muss ich halt den letzten Outcasts Kollegen noch so... Ach, da ist er. Perfekt. Ich habe Sichtkontakt. Ich habe Sichtkontakt. Jetzt darf ich bloß keinen Fehler machen, darf mich nicht entdecken lassen und darf nicht die Geiseln gefährden. Sonst ist die ganze Mission wahrscheinlich für den Hintern, wie man so schön sagt. Das ist so dunkel, ich kann nichts sehen. Shit, ich habe immer wieder... Scheiße, was? Scheiße, Feuer frei! Ich komme, um sie zu retten. Bewegung! Sie sind die Rettung. Jetzt dürfte theoretisch nichts mehr passieren, also bringe ich die beiden jetzt zu ihren anderen beiden Kollegen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch mit dem Outcast Hubschrauberpiloten reden können. Und der gibt mir dann wahrscheinlich das Ziel für die übernächste oder die nächste Mission bekannt. Denn eine ist ja laut Baum noch offen. Die informação Vielen Dank. 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 über die Zukunft nachzudenken. Und dann werden wir dich brauchen. In Zukunft? Wir müssen uns entscheiden. Sentinel hat uns beide versorgt. Wie umgeht's noch? Alles gesichert. Na, wenn du darauf stehst, viel Spaß. Ach, Schnauze. Da sich diese Mission immer noch nennt, den Gefangenen Outcasts helfen, gehe ich mal stark davon aus, dass die ähnlich abläuft wie die ersten beiden. Das heißt, ich muss mich anschleichen, Geiseln befreien, eskortieren und bei einem Hubschrauberpiloten abliefern. Und dann gehe ich mal davon aus, ist diese Mission dann zu Ende. Ich gehe mal stark davon aus, dass diese Mission auch länger gehen wird. Daher werde ich jetzt einmal vorscouten, dann einen Cut machen und an gleicher Stelle später wieder aufnehmen und weiterspielen. Ich sag, danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ich sage, danke. Vielen Dank.